Beginnt nun der große Dreh beim DAX und bei den Indizes. Tatsächlich sieht es ein bisschen beim DAX aus, nachdem wir das ja schon fast nicht mehr gewohnt sind. Na gut, wollen wir es nicht übertreiben. Eine Rücksetzer in der Größe, wie wir ihn jetzt erlebt haben hier in den letzten Stunden hier, ist noch nicht wirklich dramatisch, denn das ist das Gleiche, was wir ja hier auch haben. Nein, es ist sogar noch weniger als das. Also insofern noch alles safe. Erwarten würden wir ja sowieso, dass der Kurs mal in eine Korrektur geht und das auch nicht aus Böswilligkeit, sondern einfach nur als Erholung nach diesem wunderbaren Anstieg. Er hat ja was geleistet, dann muss man ihm auch eine Erholung gönnen und solange die in irgendeiner Form so aussieht, wäre ja alles safe und wir hätten eine Chance, da reinzugehen. Da ich das so häufig in den letzten Tagen gesprochen habe, glaube ich, muss man hier beim DAX nicht drüber reden. Da wir jetzt hier ein Hoch haben, müssten wir vielleicht mal vom tiefsten Punkt messen zum vorläufig höchsten Punkt messen. Wo ist es? Da haben wir es. Haben wir ihn erwischt. Jawohl. Das heißt, ein klassischer Rücksetzer wäre gerne in diesem Bereich da. Wir können auch noch mal so ein bisschen die Geschwindigkeit messen, also von hier bis da und die Korrektur. Ich habe es immer gerne, wenn die ähnlich schnell oder langsamer ist. Also was ich nicht so toll finde, ja, korrektiv, weil dreiwellig, aber viel steiler als die Aufwärtsbewegung. Also wenn der Punkt unterhalb der Linie ist, finde ich das immer nicht so sexy. Aber wenn wir das bekommen, dass der Kurs, also es muss jetzt nicht exakt auf der Linie laufen, das ist jetzt ein Zufall, aber wenn der Kurs hier irgendwie wackelig runterkommt, also klar unsere Korrekturkriterien erfüllt und das rechts von der Linie, also genügend Zeit verplempert sozusagen und genügend tief runtergelaufen und da ist so der Grobbereich die 38er Marke. Das muss nicht exakt die 38er, nicht, dass ihr den Eindruck habt, ah, war jetzt ein Millimeter drüber, das zählt nicht. Für mich immer so eine Grobzeichnung ist so ein bisschen vorher, ein bisschen tiefer, ein bisschen höher, alles safe. Da will ich, dass der Kurs eigentlich hinfällt. Ungefähr diese Box und das bitteschön auf diese Art und Weise. Können wir uns jetzt darauf verlassen, jetzt ist die Box gemalt, da geht er auch rein? Nein, nein, denn es kann sein, dass diese Korrektur ja nur so eine wird oder so eine wird. Das würde allerdings bedeuten, dass das nicht die hauptsächliche Korrektur oder die richtige Korrektur für diesen Anstieg hier ist. Das heißt, dass die dann eben noch später kommt. Also bitte nicht davon jetzt ausgehen, ah, jetzt muss er da rein. Das wäre aber schön, denn mit diesem hätten wir den Hinweis, ah, jetzt ist das Ganze hier obsolet, das Ganze ist hier erledigt als Anstieg mit Korrektur. Also jetzt können wir als nächstes nochmal die Fortsetzung machen. Also ist diese Geschichte mit diesem Rücksetzer dann erledigt sozusagen. Das wäre jetzt cool. Erste Anzeichen sind da. Wie erkennen wir jetzt, ob er bis dahin fällt oder ob es nur eine kleine Korrektur wird? Na, wahrscheinlich am Verhaltensmuster hier im kurzfristigen Chart. Punkt 1 ist, idealerweise sollte er nicht mehr so über diese Punkte drüber gehen. Das ist immer doof, wenn er da drüber geht. Klar, das ist ja für uns der Trigger für die nächste Long-Seite. Hier in dem Fall wäre das auch Trigger für Long, nur blöd vom CRV, weil wir nach oben keine Ahnung haben, wie weit es dann erst noch läuft, bevor dann dieses hier wieder passiert. Ja, also deshalb finde ich diesen größeren Rücksetzer gar nicht unattraktiv, überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz, wenn wir steil nach oben, wackelig nach unten kommen, je mehr wir da Überschneidung haben, desto eher ist es, naja, das sieht wohl nicht danach aus, als ob wir das erreichen. Da das bis dahin ein gutes Stück runter ist, soll er ruhig ein bisschen Gas geben, bitte nicht falsch verstehen. Ein bisschen beschleunigen nach unten. Beschleunigen nach unten wäre ja dieses klassische, soll er doch mal einen Fünfweller runter machen, dann kann er mal wackelig hochkommen. Und dann macht er da hinten nochmal so ein bisschen einen Rücksetzer in dieser Art. Und dann seht ihr, dann sind wir ja hier schon, wo wir ungefähr hinahmen müssen. Ich habe es vielleicht ein bisschen zu kurz gezeichnet, das kann ja auch noch ein bisschen anders aussehen, als ich es jetzt hier gemalt habe. Aber ihr seht, so ein bisschen Beschleunigung wäre nicht untypisch, wäre auch gar nicht schlimm. Das würde uns dann in diese Richtung dann vielleicht dann ermöglichen, dass wir da eben hinlaufen. Nur so als Idee zumindest mal zur Orientierung. Ja, Idee ist das eine, Praxis das andere. Der Dow Jones hat gesagt, das machen wir, das setzen wir gerade mal in die Praxis um. Darüber haben wir ebenfalls ja schon gesprochen in den letzten Tagen mehrfach. Insofern ist das jetzt nichts Neues, auch nicht so super überraschend, dass die Abwärtsseite die starke war hier vorne und die schwache Seite die Aufwärtsseite, das haben wir festgestellt. Auch dass das nicht die wirklich starke Seite ist, haben wir festgestellt. Und das typischerweise eben, wenn der Kurs diese schwache Seite beendet, zum Beispiel durch Bruch dieser Tiefmarken, sich dann die starke Seite nochmal fortsetzt. Das war jetzt die stärkere, diese hier. Also das haben wir gesehen und er hat damit was gemacht? Ja, eigentlich ziemlich genau seinen Zielbereich erreicht, nämlich das, was wir vorne haben hier. Wir haben also eine echte Chance, vorsichtig, eine Chance ist noch keine Garantie, aber eine echte Chance, dass damit diese Korrektur fertig wird. Ich sage mal vorsichtig wird, nicht zwingend ist, aber fertig wird. Denn dieses ABC-Falten, einige sagen auch, Mensch, ist doch eine klassische Bullenflagge, nennt es wie ihr es wollt, ihr habt alle recht. Das ist eben so ein typisches Verfahren, ein typisches Standardding, dass der Kurs nach so einer Kiste eben sagt, mal gucken, vielleicht können wir mal hochgehen. Gibt es da gewisse Unterstützung? Ein bisschen tiefer wäre noch okay für eine Unterstützung. Da haben wir hier noch was der für alle Freunde der Unterstützungsmarken. Beispielsweise hätten wir dann auf dem Niveau, das ist ungefähr beim Future jetzt, das ist nicht der Index, sondern der Future, also das handelbare Produkt, 35.550 in etwa. Jetzt sind wir knapp drüber noch, also insofern, oder wir waren knapp drüber, 40 Punkte drüber. Aber da kann man sagen, im Einfluss dieser Marke, vielleicht geht er ja noch einen Millimeter tiefer, ist ja auch denkbar, dass es ein bisschen da drunter geht. Alles noch safe und das wäre normal. Ja, okay, aber wenn dann diese Korrektur fertig ist, geht es dann wieder nach oben? Die Chance ist tatsächlich gegeben, denn das ist ja ungefähr das, was wir erwartet haben. Sprich, dass wir irgendwie im Groben gesehen das haben, mit der Ausnahme, dass hier vorne das ein bisschen verwachsen ist. Aber ich denke, das kann man kaum anders interpretieren, nachdem der Kurs so hochgegangen ist. Sprich, einen Anstieg nach oben halte ich noch für durchaus typisch, für durchaus sinnvoll. Dann müsste aber, um das zu verifizieren, Folgendes passieren. Die einfachste Variante ist, na, der Kurs müsste da drüber gehen, durch dieses Zwischenhoch. Das ist das Hoch vom 16. November nachmittags, irgendwie Frühabend, 36.235, immer auf den Future-Kontrakt gerechnet. Aber das Hoch werdet ihr verorten können, wenn ihr das Datum da unten ablest. Das heißt, das wäre natürlich was. Auch hier, ähnlich wie beim DAX allerdings, dann natürlich mit der Frage, wie weit geht das. Das heißt, CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis, für fünfte Wellen ist halt nicht ganz so hübsch, wie das für dritte Wellen. Aber zumindest haben wir dann die Orientierung, ah, jetzt sind wir auf dem nächsten Arm nochmal nach oben unterwegs. Das kann jetzt passieren. Was kann man denn tun, damit man nicht so lange warten muss bis dahin? Finde ich es noch toller, wenn man hier jetzt guckt, da, wo es jetzt im Moment spannend wird, wo wir sagen, da ist doch jetzt genau das, wo wir zu Ende sein wollen. Wenn er jetzt hier Folgendes macht, dass er in Bälde, vielleicht tatsächlich von dem Tief, steil nach oben, wackelig nach unten kommt, da können wir doch sagen, das ist doch genau das, was wir hier abwärts haben, in umgekehrte Richtung. Oder so ähnlich wie hier, Schub hoch, wackelig runter und dann eben die Fortsetzung nach oben. Das heißt, das hier hätte dann die Möglichkeit zu sagen, ah, guck mal, da haben wir einen frühen Einstiegshinweis und können dann vielleicht schon früher reingehen. Und ob das jetzt auf dieser Höhe ist oder ob der Kurs noch ein bisschen tiefer fällt, das Prinzip dieser Überlegung bleibt das Gleiche, nur müsstest du es halt immer von dem entsprechenden Tief aus machen, dann abwarten, ob das kommt, dann der Trigger und so weiter. Ich denke, ihr seid inzwischen fit und könnt das ungefähr nachvollziehen. Also insoweit alles ganz safe, alles ganz normal. Okay, das kann also nicht sein, dass der Kurs hier durchgeht. Kann nicht sein, gibt es an der Börse nicht, kann immer alles sein. Aber wenn er das macht, dann kann es eigentlich nicht im guten Sinne sein, dass wir das hier im ausgeprägten Maße kriegen, Schub hoch, wackelig runter, denn danach müsste es mindestens nochmal einmal so gehen. Die Wahrscheinlichkeiten dafür sind zumindest so hoch, dass man die auch im Trading nutzen kann. Also ihr seht, klar, das ist nicht gänzlich unmöglich, dass das passiert. Wenn das aber passiert, dann wird das wohl nicht passieren, sondern dann wird der Kurs weiter nach unten schnell laufen. Wie schnell laufen aussieht, haben wir hier am Live-Objekt, zack. Vielleicht macht er auch mal wackelig hoch, aber die schnelle Bewegung eben nach unten. Also ihr seht, da ist die Verwechslungsgefahr nicht ganz so groß bei der Geschichte. So, machen wir nochmal einen Blick oder werfen wir einen Blick mal auf den S&P. Auch da hatten wir ja mal was eingezeichnet, nämlich die Überlegung, dass wir noch nicht fertig sind mit der Korrektur, weil die Korrektur, da sind wir wieder bei diesem Winkelmesser, den ich hier mal benutzt habe, hier einfach mal die Steilheit hoch. Und dieses Tief hier, das war doch schon eine ABC, kann man da long gehen? Und ich kann mir vorstellen, dass einige aggressiv hier gesagt haben, ach komm, ich gehe da long. Aber die Gefahr besteht halt immer, wenn das schneller ist, dass das nur Teil der Korrektur ist und nicht die ganze abgeschlossene Korrektur. Und dementsprechend, ich habe es jetzt gerade rausgelöscht, was wir gesagt hatten, dass wir hier im Prinzip dann so eine ABC runter, eine ABC hoch haben. Theoretisch hätte es sogar noch ein bisschen höher gehen können, aber in dem Fall wollte das nicht. Und nochmal eine Abwärtsbewegung. Aber diese Abwärtsbewegung ist noch völlig safe. Das ist noch eine ganz normale Korrektur. Denn wir wissen, Korrekturen gehen gerne bis wohin? Na, in diese Zone rein. Und zwar hier sind wir auf der Linie oder rechts. Na, je nachdem, das Tief ist winzig links, das kann man aber durchaus gelten lassen. Also insofern eigentlich genau da, wo so eine Korrektur gerne hinläuft. Cool! Das heißt, wenn das jetzt sich wirklich fängt, haben wir eine realistische Chance, dass jetzt diese Richtung nochmal wieder fortgesetzt wird. Also der Markt sich dann nach oben wieder umsetzt. Wenn er das aber tut, haben wir entweder das als einen Trigger. Und wer das nicht abwarten will, der guckt auf, na, wer eben zugehört hat, weiß es jetzt, ob wir wieder einen Schub hoch und was Wackeliges runter kriegen. Schub kann natürlich auch steiler sein, als ich es gezeichnet habe. Also irgendwie was Schub hoch und wackelig runter. Das ist das Zeichen. Macht er das hier in diesem Feld, in diesem Ei, was ich hier gelegt habe, die Werte könnt ihr hier ablesen, macht er das in dem Feld, super, perfekt, klasse, gute Idee für die Longseite. Macht er das nicht, fällt er hier weiter oder kommt er zwar ein bisschen hoch, aber sehr wackelig, eben nicht dynamisch. Oder nicht so wackelig, sondern vielleicht auch eine A, B, C. Und triggert dann das Ding, ja, dann ist das nicht das Zeichen für die Longseite, sondern ist das eine Fortsetzung nach unten. Und je tiefer er dann unter diese Zone geht, unter die 4.657, das ist keine exakte Marke, also ich habe sie exakt vorgelesen, aber wenn er jetzt auf 55 geht, wenn er jetzt auf, keine Ahnung, 54, das ist noch keine Garantie, dass es nicht mehr ist. Aber je tiefer er da drunter geht, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Bild, was ich hier positiv gemalt habe, wirklich Bestand hat. Na gut, das ist eine leichte Aufgabe, das mitzuverfolgen, ob er da drunter geht oder eben nicht. Das wären aber dann eben Rücksetzer, die nicht mehr der typischen Norm entsprechen, nicht mehr ganz normal wären und dementsprechend dann mit Vorsicht zu genießen wären. So, damit haben wir eine ganz gute Aussage, dass wir in beiden Märkten hier eine realistische Chance haben für nach oben. Und wer jetzt sagt, ja, aber das passt doch nicht mit dem DAX zusammen. Erstens mal, wir haben ja gesagt, der DAX muss ja noch nicht sofort drehen. Und dass DAX und Dow Jones und S&P nicht zwingend immer zusammenpassen, das haben die letzten Tage gezeigt, wo die Amerikaner tapfer runtergekommen sind. Und der DAX allerdings gesagt hat, geht mich gar nichts an, ich mache das mal in die andere Richtung. Der Nasdaq-Index jetzt hier oder der Future in dem Fall hier sehen wir, ist noch auf dem Weg nach oben. Da ist das hier nochmal im 5-Minuten-Chart, das die Aufwärtsbewegung, das hier die, Entschuldigung, das ist die Abwärtsbewegung, das ist die Aufwärtsbewegung. Das ist am wenigsten erkennbar, aber vielleicht sogar für die Intraday-Trader am spannendsten heute Nachmittag, denn hier haben wir im Moment einen Schub runter und das ist von diesem Hochpunkt aus. Ich bin mal ziemlich sicher, wenn wir hier eine Schubbewegung, Entschuldigung, eine wackelige, nach der Schubbewegung eine wackelige Bewegung hochbekommen, dann kriegen wir nochmal so einen Schub, so ähnlich wie wir das da vorne eben hatten. Wer sagt, das ist aber ganz selten bestimmt, dann gucken wir es mal an. Hier hatten wir eine Schubbewegung, 1, 2, 3, 4, 5, dann ging es wackelig runter und anschließend bekommen wir eben etwas, was so ähnlich wie das ist. Es kann ja weitergehen, aber so ähnlich wie das ist, ihr müsst halt gucken, ob das wirklich wackelig ist. Sprich, den haben wir ja schon gesehen, aber wir müssen gucken, dass das hier, also dieses Teilstück hier, ähnlich korrektiv ist. Dann hätte man hier für Intraday vielleicht sogar nochmal eine richtig tolle Short-Situation. Also sehr spannend, aber nicht ganz einheitlich. Die Indizios müssen sie auch nicht. Lassen wir uns mal überraschen, wohin das Ganze führt. Spannend ist es auf jeden Fall. Ich drücke euch so oder so die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite seid. Alles Gute und liebe Grüße.